Geht's weiter, würde ich sagen. Läuft der Aal. Der Aal läuft voll und ganz. Wunderbar. So, das noch. Wunderbar. Stimmt, ja. Ich wollte ein was nachgucken. Ich wollte schon eine Weile lang... Mal die Halo-Teile spielen. Ich hab mal PS4 gespielt und nicht Xbox. Wird auch nie zukommen, dass ich auch spiele. Die Halo-Teile gibt es ja leider nicht auf PS4. Master Chief Collection. Da ist wahrscheinlich alles drin, oder? Für 40€? Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ne, geht's hier bitte kein... Master Chief Collection. Inhalt für dieses Spiel. Halo Reach. Halo 4. So, das alle Teil? Ich hab gar keinen Plan. Guck mal mal kurz nach. Ich weiß auf jeden Fall, Halo krass sein. So, das tut mir auch so... Ich schäle mich auch ein bisschen, dass ich nicht spielen konnte. Äh... Ja, reinfallen oder so, ne? Digga, wie schreib ich denn? So. Genau. Reach, Combat-Emeral of the Energy... 299... Was ist das denn? Orbital Dropshock Troopers, Alter. Heftig, episch. Ja, da ist hier alles dabei. Für... Tellt 7 Artikel. Ja, das ist das alles. Für 40€. Für 40€. Ja, das ist... Ich glaube... Könnte man machen, oder? Ganz kurz. Ich hab noch nie irgendwie mehr großartiges Gameplay oder so angeguckt, oder... Was da so in der Story abgeht. Ich weiß auf jeden Fall, es sind die behältige Story. Also ich kenne ja zum Beispiel auch den... Den Drag von Dame. Äh... Wie heißt der? Oh fuck, wie heißt das Ding? Ist das Nexus? Ne. Nexus war halt der LOL-Song. Name, Halo... Heißt der Song einfach Halo? King of the Hill, genau das Ding. Das war auch ein... Mega-Track. Eigentlich schon die Clips, die dort in dem Video gezeigt werden, zeigen mir, dass das eine krasse Story haben muss. Hm... Ja, ich glaube, das werde ich mir dann am nächsten Tag holen. Dann kann ich immer... Da habe ich drei Spiele zwischen denen. Ich wechseln kann, das tut mir gut. Naja, wenn ich immer nur zwischen Total War und Assassin's Creed wechseln muss... Also... Ich komme klar, aber... Ich wird langsam kritisch. Wenn ich dann... Auch nur Assassin's Creed ordentlich spielen kann und hier... Toto war in letzter Zeit nur noch aufs Maul kriege. Ah, jaja... Wie sieht's überhaupt aus, bin ich noch? Ich bin die Platz 5... Oh, nee, das ist jetzt grad Platz 2. Ich hoffe, dass du mein Intellekt respektieren. Hm... Zuverlässigkeit minus 31... Guck mal, jetzt habe ich mit mehr Leuten Krieg als er. Musst du das mal machen. Hab ich jetzt mit dem hier um Krieg, ne, ne? Ne, noch nicht. Gut. Ich muss immer erstmal wieder reinkommen, was hier grad vor so war. Es ist... Ne, das ist von wem... Eine Sache... Irgendwelche... Irgendwelch kackletzen... Drecks random sind, die mir auf den Piss gehen. Kann ich hier mal... Kann ich hier mal reingehen? Wollen wir mal... Gehört die mir die Stadt jetzt, oder ne? Sieh so aus, ne? Kann ich angreifen? Ach, ihr belagert gerade, ne? Ja, der belagert mal weiter, würde ich sagen. Nächste Runde, komm. Ja, stimmt. Eigentlich... Ärger hat uns nur... Dingens... Lügchen gemacht. Diese Amazonen gehen noch ein bisschen auf den Piss, und sonst... So mit halb Krieg nimmt man zu diesen einzelnen ganzen kleinen Kackstämmen. Die irgendwie das Maul aufmachen, aber... Nichts reißen. Krieg. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal noch irgendeine Konföderation probiert. Hab das auch schiefgegangen. Und deswegen ist auch meine Unzuverlässigkeit so heftig. Keine Ahnung, also ich verliere... Nach zwei Tagen hab ich schon wieder einen Fokus verloren, was hier passiert ist. Eigentlich darf ich das... Darf ich das echt nicht, äh... Hier darf man das nur ununterbrochen spielen, ja. Naja, das kann man eigentlich mal ein bisschen spulen hier, was Sparta und Dingens macht. Ich will eigentlich nur wissen, was Lügchen macht. Das ist eigentlich wichtig. Vielleicht noch die Amazonen könnte man sich auch noch angucken. Ja, drüben hab ich ja sowieso überhaupt nichts mehr zu melden, oder? Da... Ich hab, glaub ich, gut eins vor's Maul bekommen. Ich glaub, da drüben... Guck gleich mal nach, aber ich dürfte dort eigentlich nichts mehr sitzen haben. Guck ich gleich mal nach, wo meine ganzen Truppen sind und alles. Guck... 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 Kann ich Gold weggeben? Bronze auf jeden Fall, Bronze können wir weggeben, aber Gold... Ah, kann man mal das machen. Ne, pro Runde 8000 Nahrung. Pff, verpiss dich. Oh. Steht noch ein Abgesundter von mir. Ihn hier würde ich das auch mal langsam gerne wegmachen. Das habe ich mit dem... Ne, mit dem habe ich keine überlegt. Weil der hier direkt vor meine Stadt fährt. Achso, der nimmt das als Abkürzung. Und den habe ich wieder gekriegt. Mit dem Makedon nicht. Oh, jetzt geht der mir wieder mit damit auf den Piss, ey. Hat der mich... Hat der gerade meinen Re... Hat der jetzt meinen aufgesandt? Das habe ich hier für eine gar nicht 8. Huch. Äh, die sind komplett... Komm, komm. Mach. Mach. Der ist jetzt eher denn für einen Kack-Rentner. Der wird aber gleich mal gehäutet und verbrannt auf dem Schalterhaufen. Du kommst da nicht weg. Ne, mit dem Kack-Abgesandten im Hinterland. Das kannst du wohl lassen. Ich werde gleich mal mit den zwei Jungs hier ein bisschen aufräumen. Ja. Ja. Den habe ich gern gekriegt. Ohne das Aufruhrs. Angezweifelte Größe. Neue Herausforderer. Wunderbar. Dich, das hört halt nicht auf. So. Leben der Legende. Zeige ich mal her. Hör, hör, hör. Uh. Minella aus, Mann. Was soll denn das? Achilles ist aktuell so... Ja, die kann ich ja allen aufs Maul geben, oder? Guck mal. Hier. Stärke ran. Sechs, lol. Die haben das bisschen hier und dann stärkeren. Oh, okay. Die haben doch schon ein bisschen mehr jetzt langsam. Weil die sind wahrscheinlich wirtschaftlich. Ja, das auch nicht unbedingt. Okay, also Land haben sie nicht viel. Wie sieht's mit Sparta aus? Mit denen. Genau, also ich könnte die Herausforderer jetzt gerade. Alle ausziehen. Dann zeige ich erst mal her, wie das jetzt hier aussieht. Ihn in drei Runden. Nachilles in eine Runde schon. Nett. Ich verfüge die bereits über sowas. Ja, die Schlange ist das wie so eine Methosa. What the fuck? Da geht's. Wie? Irgendwie hieß es gerade, ich könnte wieder irgendein... ...irgendwann wieder in der Reitschaft. So, jetzt zeigt mal erstmal, wo alle stehen. Ihr zwei steht hier. So. Du? Neunst hier unten rum. Du hockst hier. Ja, dem könnte ich mal ein paar Truppen geben, oder? Ja, komm. Oh, ich bin im Minus mit Bronze. Wie kommt das denn jetzt? Ach, weil ich jetzt die Bude hier vorne habe, oder? Ist das Bronze gewesen? Ja. Schade. Dann... Mal zwei, drei davon. Und... Zwei davon, oder? Komm. Abfahrt. So, jetzt haben wir noch sie hier oben. Einges Turum hier unten. Hier habe ich auch gar nichts mehr, ne? Die könnten jetzt von hier drüben einfach rüber schippern, die wir aufs Maul haben. Aber wenn alles ausmacht, macht langsam Stress hier. Das finde ich gut. Ja, was soll ich hier mit dem machen? Das... Genau. 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 So, er... Ich würde schon gerne mal hier lang noch gehen mit ihm. Was gibt's hier drüben? Da ist noch die eine Putz. Ja, hätte ich mal wieder ein bisschen Klarheit. Dann gehe ich hier raus aufs Wasser mit ihm. Dann kannst du hier rausschippern. Das ist nicht möglich. Ähm... Was haben wir noch? Sonst nichts. Die sind eine Runde wieder bereit. Die... Ja. Dann machen wir erstmal alles andere, bevor wir kämpfen. Elopien. Das kann man hier holen. Ähm... Wachstum brauche ich nicht. Das macht auch keinen Sinn. Wir könnten vielleicht noch ein... Ach nee, wir haben schon hier ihn, ne? Ja, dann... Rauche ich jetzt das Ding hin. Dann versuchen wir uns erstmal zu merken, dass ich die... Leute immer hier absetze, die die Armeen. Was kann man hier reinhauen? Äh... Okay, erstmal hier alles upgraden. Okay, können wir anscheinend nicht. Ja gut, lass mal das. Mit 830 Schwarz kann ich hier glücklich auch nichts Vernünftiges bauen. Ja, er hat ja heftige Armee dabei. Ich glaube, hier drücken kannst du besseres Zeug ranholen. Bist du geistig behindert, man? Jetzt steht er die ganze Runde hier und... Kacke. Eeeh... So, dann... Mal sagen, rein, oder? Ab dafür. Okay, äh, tut mir leid, Lars. Hab ich nicht gesehen. Tschüss. Hallo und tschüss. Wir nehmen ihn über. Nice. Ich wusste immer, dass wir gewinnen würden. Wir werden in der Geschichte runtergehen. Ach, er ist ja noch in Marschposition. Können wir das mal ausmachen. Ich weiß nicht, ist das schlau, direkt jetzt hier rüber zu rennen? Wir hatten nämlich nur zwölf Leute, aber... Wenn nicht, dann belagern wir einfach. Ne, siehst du, es reicht. Mache ich jetzt auch, oder? Ne, ich belagere. Dann kreise die. Nächste Runde kann sich nämlich der andere wieder hier... Der... Ist das das Auto? Ist das das Auto? Ja, das ist das Auto. Kann der sich nämlich wieder bewegen und dann geht's hier rein. Genau. Wunderbar. Bist du jetzt in der Stadt drin? Ja, bist du. Könntest du eigentlich mit zwei, zwei, drei Leute reinholen. Fernkampf hat da, glaube ich, genug, oder? Ja, das ist genug. Äh... Uh, Reiter. Spuren. Ja, komm. Nicht zugewiesene Fertigkeitspunkte. Ja, was soll ich denn hier bitte bauen? Oh, lol. Das kostet ja alles ganz viel. Vielleicht gehe ich eher doch auf... Ach, nee, hier. Kriegen wir Holz. Na, wir haben schon so viel Holz, ne? Ne, ich brauche echt nicht auf Holz gehen. Das haben wir auch schon in der Region. Reicht eigentlich, geht eigentlich immer noch Militär. So, und dort haben wir... Da haben wir noch nichts mit Fernkampf hier. Beziehungsweise schon werden wir die Bogenschützen. Einfach mal Leuchtturm. Und dann geben wir den Leuchtturm. Okay. Ooh, wir haben yeah, ja. Okay. Okay. Das ist schon mal. Oh, was wird mich denn Dardanien? Ich will Lükien sehen. Danke. Oh. Ups. Da kommt Ärger. Da kommt Ärger. Wir können Achilles wieder rekrutieren. Wir können diese Runde Achilles wieder rekrutieren. Ich würde sagen, wir rekrutieren den Jungen. Genau in dieser Siedlung. Dann haben wir acht Leute und Achilles. Und acht Leute plus Achilles sollten gegen diese Armee ankommen. Hoffe ich. Sonst haben wir ein Problem und Achilles ist gleich wieder weg. Das müssen wir versuchen, sonst verlieren wir da unten wieder die zwei Inseln. Ich sehe es schon kommen. Diese elf Einheiten sind nicht das einzige, was er hat. Oh ne. Jetzt gehen die mir da unten auch noch auf den Sack. Was will er denn jetzt? Oh, er hat schon wieder direkt jemand rekrutiert. Versuch den noch mit letzter Kraft irgendwas. Ich bin nett. Ajax. Vorsichtig, Freundchen. Ganz vorsichtig. Das muss jetzt nicht sein. Dein Vorder ist, wie es aussieht, schon tot. Du musst jetzt hier nicht, ne? Ganz vorsichtig. Das muss jetzt hier nicht sein. So. Das ist dann auch mal geklärt, ne? Ja, war ganz sauber. Ersetzen. Schön. So, wo sind die jetzt? Haben die hier noch irgendwas? Oder sind die jetzt erledigt? Ich kann das jetzt wieder nach dever. Okay. Alles gut. Was ist das? Äh, Magenten sind das. Hier, Magneten. Hier oben haben sie doch noch was. Ist das das letzte, was sie haben? Ja, hier oben. Mehr haben sie nicht. Oder das hier vielleicht noch. Das ist noch nicht aufgedeckt. Gibt es wieder Dinger. Oh, die sind jetzt hier auf jeden Fall erstmal weg von meiner Haustür. Das ist wichtig. So, ich würde sagen, gehen wir noch gleich mal hier runter. Kann ich noch mal hier? Ja, wunderbar. So. So, dann kannst du gleich mal neue Leute rekrutieren. Oh, du brauchst definitiv Neukämpfer. Ja, ganz simpel hier. Siedlungsverbesserung erstmal. Das hier auch in dem Gebiet keine Bogenschützen haben, ne? Das reicht an den Fernkampf. Ja, die wird, glaube ich, erstmal eine Weile nicht bewegt. Habe ich das Gefühl. Komm, ich gehe jetzt mal, komm, ich gehe mal mit der hier rüber und kann ich ihn eigentlich auch irgendwie so buffen? Ja, keine Ahnung, mach was, mach was dich glücklich macht oder keine Ahnung was. Achilles ist der Champion. Achilles ist der Champion. Ah, hier kommt schon das nächste und da oben ist auch noch was. Ach, kack. Ja, trotzdem. Jetzt kann er nicht mal in die Stadt reingehen. Kann ich das mal zurückgängig machen. Jetzt in die Stadt reingehen und jetzt rekrutieren. Ich kann das machen. Hoch. So. Erlass verfügbar. Genau, ja, jetzt haben wir hier auch die komplette Provinz. Genau. Zufriedenheit geht runter. Und mein Einfluss geht hoch. Plus 5% Einkommen, alle Ressourcen. Oh, hier haben wir was doppelt. Was kriegt man denn hier? Wir haben Holz, Nahrung. Hm. Hier, plus 10. Nehmen wir das. Ich muss noch. Ich muss noch, um zu warten. Hm, 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 hm. Komm, mach mal das übliche. Bei dem anderen sehe ich nie irgendwie so viel Sinn. Selbst wenn ihr zufrieden, ist ganz oben, ist und alles. Also hier geht ja gerade wieder runter, wenn ich das einmal, dann ist es halt wieder neutral. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendeinen Buff nehme, aber dafür halt ein Debuff bekommen, weißt du? Feier ich gar nicht irgendwie sowas. Also Niederbrennen und Böner mache ich jetzt sowieso nie. Ich besetze die Dinger ja sowieso. Auf Dauer habe ich davon ja mehr. Das ist außer mir. So. Könnte er mal noch. Du kannst nämlich mal ein bisschen was ohne nichts rekrutieren. Achso, er kann gerade nichts, wenn er jetzt erst angekommen ist, ne? Trotz dessen. Da müssen wir ein paar Riesen mit. Okay. Ich hoffe, es ist ein bisschen ... érich? ... Oh, Fiction. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Genau. Da hast du einen Zentaur, man. Ich will auch so einen Zentauren haben. Gott, verbiebe ich. Was ist denn da alles für Billows, wie mit diesem kleinen Minischild und so einem Schwert? Was ist denn da alles für Billows? Zum Glück ist das nicht meine, Bruder. Jetzt ist er nämlich gerade weggefahren. Ey, das ist schlimm. Chlorische Niederlage. Komm. Dann können wir noch was rausholen, würde ich sagen. Und wie das Gleiche, ich würde wahrscheinlich drei, vier Anläufe versuchen, das Spiel mindestens 27 Mal als Hurensohn beleidigen und es dann letztendlich nicht schaffen und mit dem gleichen Ergebnis rausgehen, wie ich es beim automatischen Kampf gehabt habe. Halt das Übliche. Gehen als erstes links. Ne, wir gehen als erstes rechts. Mit denen sind wir schneller fertig. Dann können wir uns schnell leer um die anderen kümmern. Hopp. Hier seid mich schon wieder viel zu weit vorne. Was ist denn hier bei euch schon wieder los? Hier ist er dann nicht schön zu hören. Achtung! So gefällt mir das doch schon mal. Jetzt alle einmal umdrehen bitte. Ja, rennt bitte Out of Map direkt und es wird verloren. Ja, danke, geil. Oh, scheiße. Die sind noch nicht ganz am Arsch. Der Feind nimmt euren Siegpunkt ein. Die sind noch nicht am Arsch. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Die sind noch nicht am Arsch. Die sind noch nicht am Arsch. Die sind noch nicht am Arsch. Das Ding, die sich nicht verpissen, ne? Wahnsinn. Okay. Ich muss sagen, das läuft ja auch schon wieder wirklich perfekt, ne? Alles perfekt, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum lauft ihr weg? Bitte nicht. Das bringt nicht viel wirklich gerade her. Könntet ihr bitte euch zusammenreißen? Fände ich mega korrekt. Und wenn ihr keine Muni mehr habt, dann sollt ihr reingehen. The fuck, man. Warum verliert ihr denn die Moral jetzt? Ich glaube, das ist eindeutig, worauf das mal wieder hier hinausläuft. Komm, wir werden fertig. Geht acht, ihr verliert an Boden. Ich habe mich da komplett lost. Geht acht. Das war's. Wo rennt ihr schon wieder hin? Ich verstehe nicht, was die machen. Was ist das? Was war das? Hallo? Joa. Stopp. Ey, ich... Das meinen die ernst. Bruder. Was ist das hier? Was? Wo? Was ist das hier? Haha. So, dass die so gar nicht juckt. Da ballern die ganze Zeit Pfeile rein. Oh, uns interessiert die gar nicht. Natürlich nicht. Was ist das hier? Ja. Be sadly. Bürger. Bitte, bitte mach das, was ich sage. Bitte, ich würde euch so dankbar sein. Ihr bringt euch nur selbst um schon wieder. Der Feind nimmt euren Siegpunkt ein! Was machst du da hinten? Was macht ihr hier, oder? Was macht ihr hier, oder? Was macht ihr hier? Die machen die ja richtig lang. Warum sind die so heftig gegen die? Warum rennt die immer noch weg, Mann? Was macht ihr hier, oder? Was macht ihr hier? Du kannst hier bleiben. Warum laufen die so komisch an der vorbei? Seid die dumm. Sehr schön. Was ist jetzt kritisch? Also, ich krieg's zwar hin, die alle nass zu machen, aber das Ding währenddessen zu verteidigen, das krieg ich. Aber gegen alle auf einmal ist halt, ich weiß nicht, ob ich das auch hinbekommen würde. Einzelnen krieg ich's glaube hin. Obwohl das jetzt auch gerade wieder nicht so schön aussieht. Was macht ihr? Ja! Ja! Ich bin ein, ich bin ein. Du bist ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein. Okay. Ja, komm. Pull out! No mercy! No acid! Be attack! Wir leaven was wir können! Einer eurer Einheiten hat keine Munition mehr! Ready to save! Oh nein! Könnt ihr euch auch gleich mal bereit machen? Für euch geht's wahrscheinlich auch gleich rein. Bringt sowieso nichts mehr, sowieso jetzt vorbei. Ah man, ist jedes Mal selber eigentlich. Ready to fire! Das ist eigentlich so dumm, das macht eigentlich keinen Sinn, ey. Ja. Chillen wir hier. Das müssen wir so kommen lassen. Guck mal. Guck mal. Die schaffen es über den Berg zu gehen. Schießen. Ihr schafft's nicht. Meine Fresse, ey. Zurück, bitte. Mein Gott. Ja, und jetzt rennen die einfach hinten rum. Toll. Mann. Mann. Was macht ihr denn hier? Der Feind nimmt euren Sieg um ein. Der Feind nimmt euren Sieg um ein. Mann. Ihr Held wird angegriffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Für uns sah das mit euch aber besser aus, Jungs. Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Jungs, bitte. Falsche Richtung, Jungs. Falsche Richtung, Mann. Wenn die Einheiten einmal logisch denken würden, Mann. Das fackt mich so ab. Stellen Sie sich mal an, wie... Keine Ahnung was, ey. Dumm wie Scheiße, ey. Was wird das hier? Warum rennt ihr in die Richtung? Das ist so sinnlos, ey. Wären die nicht dahinter gerannt, hätte ich eine Chance für einen Sieg gehabt. Wären die jetzt hier in die Richtung gerannt und die hätten die abgefangen. Aber nein! Müsst euch wieder einstellen wie die letzten Kackbimbos, Alter. Junge, fackt das ab, ey. Was macht ihr? Was wird das denn hier? Oh, Ripp. Es muss doch irgendwie möglich sein. Mein Gott. Oh Gott. Muss ich mich jetzt ernsthaft hier hinstellen? Komm. Leves. Schrauben. Schrauben. Ich bin Müt, Baby. Euer Hild wird angegriffen. Der Feind nimmt euren Siegpunkt ein. Nein, 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 nein. Meine Fresse, stopp. Javelin ist bereit. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Welche Krieger verlieren den Mut? Welche Krieger verlieren den Mut? Ach, die hier. Ja, sieh sieh. Ja, sieh sieh. Ja, sieh sieh. Ja. Ja, sieh sieh. Sieh. Ja, sieh sieh. Ja, sieh sieh. In guter Ordnung. Ja. Was macht ihr hinterher, Mann? Warum stehen die da einfach mal einfach nur dumm rum? Jetzt hast du das. Hier könnt ihr die lang machen. Eure Hochburg wird bald fallen. Geh, Wesley! Warum verlieren die jetzt alle so viel Moral auf einmal? Aus dem Nichts. Einmal ist Moral bei allen auf Null. Das kam jetzt gerade aus dem Nichts. Ich verstehe es nicht. Ist mir ein Rätsel echt. Was denn jetzt? Jetzt flieht er und jetzt kann ich keine Aristerie mehr machen. Der Balken ist fast voll. Oh, Junge. Jetzt haben wir sowieso verkackt wieder, ey. Meine Fresse. Ach, ist der hier verfügbar in der Erde? Echt jetzt. Komm, fickt euch alle. Komm, fickt euch alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist denn jetzt hier los? Wie auch jede verfügte Agentenaktion bei denen Erfolg hat, ne? Ich will jetzt mich verarschen. Was ist denn los bei dir? Du hast mir da keinen Gefallen, ne? Das ist das Einzige, was du hast. Das ist das Einzige, was du hast. Oh, bin ich wegen ihm. Ja, du machst dein Ding. Och, das war zu weit. Das ist das Einzige. Die Garnison müsste doch über dem Arsch sein bei ihm eigentlich. Das ist das Einzige. 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 Dann kannst du eigentlich direkt hier weitermachen, oder? Ist das zu weit weg? Ja, ist noch zu weit weg anscheinend. Schade. Das ist das Einzige. Es geht leider nicht. Schade. Ich kann das nicht tun. Auf der Reise. Okay. Dann... Da wird's dann gleich als nächstes reingehen. Kann er nicht. Kann er nicht. Er kann da ja. Er geht dort vorne raus, oder? Kann er auch nicht hier runter, oder so? Doch, geht auch. Aber es geht jetzt schneller. Okay. Hat er gerade gesagt, not yet you can't? Oder not yet you can't. Aber you... Was macht das denn für einen Sinn? Hat er mich gerade... Ne... Was? Hat er mich gerade mein General eine Nutte genannt? Okay. Okay. Ja... Wenn ihr das sagt. Ja, du... Weißt man ja, dass da nichts draus wird. Die war doch auch gerade eine. Fuck, wo ist die jetzt hin? Ich sehe... Die... Okay. Die sunrise kann manipulativiert werden. Ich will. Was kann ich denn mal mit ihm empfangen? Mit ihm könnte ich eigentlich auch hier rüber. Dann könnte ich ihn hier lassen. Und er sich hier ein bisschen mit oben drum kümmert. Ja, dann lasse ich ihn nämlich lieber hier. Schick den dann gleich hier rüber. Der wird ja anscheinend auch gleich Stress machen wollen, so wie es aussieht. Da geht er mal hier hoch, oder? Ja. Soll ich vielleicht nochmal ein paar Einheiten mitgeben, bevor er losgeht? Ja, oder? Brauchen wir nicht in der Kampf Einheiten. Ja, weil ich ihn jetzt aber bewegt habe, bräuchte er zwei Runden. Scheiße. Ich höre Andrew Bay. Naja, ordentlich. Ich habe echt viel zu viele Fernkampfe. Ich brauche das Buch der Gott那个. Guten Abend. Ich werde gewinnen oder sterben versuchen. Ich werde diese Informationen gegen deinen Feind nehmen. Der hat halt eine ordentliche Kruppe dort zusammen, ne? Also der kann auf jeden Fall mehr anfangen, als ich mit meinen zwei Leuten vor uns. Der hat richtig geile Kriege, hat der. Wenn ich mit solchen Streitmachen gekommen wäre, wäre das gar nicht anders gewesen. Streitmächten. ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte vielleicht den einen, mit dem ich jetzt gerade hoch zu den zwei Inseln gehe, den hätte ich vielleicht doch hier runter schicken sollen. Ist jetzt zu spät. Ich habe den jetzt schon in die Richtung bewegt. Das wäre jetzt zu spät. Ich versuche das dann mit Achillis zu klären. Dem gebe ich einen schönen 20er-Trupp und dann lasse ich den dann mal ein bisschen rumschippern und gucken, was ich mit dem machen kann. Die letzten Kack-Randoms kommen mir die ganze Zeit an meinen Fresse. Okay. 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 Ich bin auch hier oben fertig. Ehhhh. Mmh-mmh-mmh-mmh-mmh-mmh-mmh. Genau, und danach war ich, glaube ich, einfach das hier unten fertig und das hier oben, und dann passt es schon. Jetzt habe ich wieder nicht genug Holz. Fuh, mal auf. Ups. Dann mache ich dort dann Pfeile. Und hier zweimal Getreide. Dann mache ich jetzt das. Und hier kommt dann das hin. Pascht. Ich hoffe, Pfeile kann er erreicht werden. Ich habe mit dem so viel gehandelt. Pro Runde. Krass. Ich habe jetzt über den übelst fetten Spielraum. Wie bin ich denn jetzt wieder mit minus 4000? Ach, das war das Tauschabkommen. Ich habe die ganze Zeit plus 4000 oder so von dem bekommen. Ach, ich bin so lost. Jetzt habe ich mich übel darauf verlassen. Ich führe ja gerade genug Krieg. Ich führe ja genug Einheiten. Komm hier erstmal rein. Ja, okay, da führe ich nicht gerade viel. Komm, da mal draufstechen. So habe ich euch das nicht beigebracht, Jungs. Ja, er kann sich kurz noch bewegen, gut. Äh, ja. Das denn überhaupt? Sind die Fernkämpfe oder was ist das? Mit Wurfspiel auch noch so. Was mache ich denn? Ich habe nicht genug Nahrung und rekrutiere noch weiter. Meine Fresse. Hm. Ich habe jetzt genug immer noch nicht. Ja, das hatte ich doch gerade eben nachgeguckt erst. Genau. Du bleibst jetzt zum ersten Mal dort. Äh, soll ich drauf scheißen? Nee, komm. Ach, Alice braucht aber eigentlich Einheiten. Da kann ich jetzt nicht sagen. Nee, der braucht. Alles gut. Ja. Nee. Magnesium. Magnesium. Ich bin zufrieden. Das ist ordentlich. Ich weiß nicht, was man hier sonst immer reinmachen kann. Ja komm, bis wir einkommen. Geht gar nicht. Das hatten wir gerade. Genau. Genau. Ach stimmt ja, wir haben ja jetzt wieder... Wir könnten wir in der Laus konfrontieren. Wo ist Sparta? Sieben und ich bin vier. Damit... Wunderbar. Nein, das möchte ich nicht. Das hier. Wir sind beide von der gleichen Einheit, ne? Genau. Von der gleichen Fraktion, wie ihr gesagt habt. Vier und sechs. Dann... Konfrontieren. Und... Konfrontieren. Wunderbar. So. So, haben wir dann jetzt alles. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Oh. Fühlt gut aus. Ah, das kam bestimmt jetzt daher, weil ich gerade... ...das mit der lebenden Legende gemacht habe. Gut zu wissen. Also bei Diplomatie reingucken. Wie sieht's denn hier aus? Oh, die haben hier mit wie vielen Leuten jetzt einen Sparta-Krieg. Die haben ja wirklich mit ganz Griechenland Krieg gerade. What the fuck, ey. Ich dachte schon, ich hab viel. Moment, Unzuverlässigkeit ist sowieso soweit unten. Ich würde jetzt gleich hier mit... ...mit ihm hier da rüberschippern. Das Ding erobern. Uh. Uh. Und danach... Oh, 17 Garnisonsstärke. Lol. Ich weiß gar nicht, wie die das immer ausbauen, dass die da... ...so ne heftige Garnisonsstärke drin haben. Ich hab hier, das ist meine Hauptstadt von Anfang an. Ist immer noch auf Stufe 9. Den Wachtturm vielleicht. Das... Darüber. Oh, irgendwo hab ich auch einen Wachtturm. Ähm... Hier hab ich einen Wachtturm. Auf... Auf höchsten... Ja, hier ist... Gut, das liegt tatsächlich am Wachtturm. Alles klar. Hm. Ja, dann... Ja, dann nimmt sich der Wachtturm ja umso mehr. Ich dachte halt, das wird aus meiner Garnison, dass dann... ... statt den normalen Garnisonstypen... ...die hier meine Garnison sind. ...die da links stehen. Aber die kommen dann zu der Garnison noch dazu. Dann kommen vielleicht die und die zu so. Das wär noch heftiger. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind's einige. Ach, mal weiter. Ah, den hab ich jetzt gar nicht weiter bewegt, oder? Ah ne, der hätte noch weiter laufen können. Ja, der hätte noch viel weiter laufen können. Egal. Ne, so viel war ich jetzt auch nicht. Natürlich ist es mal wieder ein Fehlschlag. Weißt du, bei den Gegnern... ...die machen mit irgendwelchen Level 1 Gesandten... ...da haben die 24-7 Erfolg. Bei mir schlägt alles weh. Hier er auch genauso. Ja, okay, die ist Level 17. Da, Level 3 ja. Gegen so ne... ...Armee. Erfolg. Bin ich mal gespannt. ... 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 Wie schnell er da auf einmal beide Städte mit 12 Truppen besetzt hat, ey. Ich bin irgendwie wie die letzten Kaka-Mateure. Nein. Ah, scheiße. Aber ich würde sogar gewinnen. Hä? Das ist klar. Boah. Scheiße, Bimbo ist hier alle verloren. Ich habe, ja. Ich dachte das wäre direkt hier nebenan. Was die hier mit ihren Scheiß abgesandten die ganze Zeit machen. Einmaliger Tausch. Okay. Ja. Dann kannst du jetzt erstmal hier in die Stadt gehen. Ja. 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 Achille ist der Champion. Wollen wir mal gucken? Wollen wir mal rein? Das müsste doch klappen, oder? Komm, kann ich jetzt nicht angreifen, Digga. Ah, fehlt da wieder Millimeter, ey. Ja, dann will er ja jetzt anscheinend doch keinen Krieg, oder? Nee, er hier ist das. Lass uns das hören, dann. Wollen wir mal mit ihm hier weitergehen, oder? Den haben wir keinen Krieg, aber hier oben, hier haben sie noch was. Wer ist jetzt hier oben? Natürlich. Den habe ich aber auch Krieg, ne? Mach ich die hier erstmal weg. Oh, 15 Garnisonsstärke. Das sieht mir noch aus, als müsste man da erstmal belagern, oder? Hm. Klar, ich in jeder Lage bin. Geh' sie raus! Komm mal kurz. Geh' die Leute! Massakere sie! Verschädigt das Gebäude, genau. Oh. Hatte ich hier schon was vor, was ich bauen wollte? Das wollte ich hier machen. Mit 220 Holz könnte ich, glaube ich, nichts bauen. Und was mache ich jetzt mit ihm? Habe ich mit euch Krieg? Nein. Verschädigt das Gebäude. Hm. Hm. Wie konnte ich die Karte nochmal irgendwie so einstellen, dass ich hier alles so... klingt da nicht irgendwas? Ne, Gesinnung. Ne, oder? Ich möchte zählen, mit wem ich Krieg habe. Aha. Das ist das. Okay, also hier unten habe ich mit niemandem mehr Krieg. Das ist alles hier oben, ey. Ich... Alles hier oben hat Krieg mit mir. Kann ich ihn hier eigentlich auch schicken, oder? Dann geht jetzt zweit hoch, genau. Kann er wieder zurück hier auch. Kannst du über das Wasser schippern. Kannst du auch hier dann... Ist das nicht schneller, wenn er hier dann... Nö, da stehe ich jetzt drauf. Schick den Arader da durch. Halt auf einen Moment. Oh. Sie werden müssen sich keinen Kopf knacken. Genau. Passt. Das ist jetzt die gleiche Siedlung schon wieder. Was will er denn? Was ist denn sein Problem? Was hat er denn davon? Nichts. Das ist eins, wenn es die gleiche Siedlung ist. Na ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja. Ja. Wo kommt der denn her? Mit solchen kleinen Mini-Truppen, ey. Was willst du? Warum ist der jetzt aber weg? Vergehen, aufdecken und dann ist er einfach weg. Jetzt hätte ich ihn abgestochen. Sechs Runden müsste ich stehen bleiben. Ich kann ja keine Schlachten eröffnen, wenn ich in dem Marschmodus bin. Ich habe gerade überlegt, wie ich das Ding anmache und dann hier über eure Schuppe. Da geht er nicht. Schafft man das? Wo erreicht hat er? Geh da, Dune. Ist auch ein richtiger Veteraner-Typ, ey. Mach dieses Platz unser. Ist er geflüchtet? Geht was, hakt? Muschi. Trimogazität. Oh, lol. Äh, ja. What the fuck? Sowas gibt's auch. Ja, hier jetzt, keine Ahnung. Ich habe hier kaum was Militärisches in der Provinz, ne? Ich habe die Reiter. Äh, egal. Können wir nicht reparieren. Hätte ich nicht gerade irgendwo noch ein Wachtturm gebaut? Wollte ich nicht hier ein Wachtturm bauen? Bauen wir ihn hier. Sobald's geht. Oh, ja. Oh, ja. Genauso. Sobald's geht. Genau. Hier können wir jetzt vielleicht nochmal manipulieren. Natürlich schlägt's viel. Ist ja auch meiner. Jetzt kann sie sich nicht mehr bewegen. Och, null Durchblick hier. Funktioniert trotzdem, du weißt. Ich warte immer. Ich komme jetzt gleich hier hochschippern. Wo soll ich denn mit ihm hier rüberschippern? Das machen wir mal. Täter war hier drüben, genau. Ihn hatte ich gerade an. Und du sitzt hier. Ich weiß nicht, wie es hier läuft. Jetzt ist die Bedauernung immer schön fit. Ah, kennt nicht bewegt, ja. Ach, weil ich das jetzt auch wieder zufrieden hatte, ist on top. Dann holen wir uns, äh... Wachstum passiert nicht. Wachstum ist aber auch schon ganz oben, also wir sind schon voll. Komm, plus fünf reinkommen. Können wir nicht reiparieren wegen fehlendem Holz? Habe ich... Ach, der ist verreckt. Guck ich mal. Wer knapp an Stein, aber reich an Nahrung ist. Ihr seid reich in Sch... Nö. Kein Interesse. Warum filterst du es nicht? Knapp an Stein, reich an Nahrung. Gibt es niemanden, oder was? Der knapp an Stein ist. Gibt es einfach mit der fucking Droge an, ne? Komm. Ich bin schon direkt mit minus 0,8. Kleiner Bastard. Für fünf Runden. Gib ich dir 500 Stein. Warte mal, kann ich das bringen? Ja, das kann ich bringen. Ich gebe dir 550 Stein. Du gibst mir dafür. 2.000 Nahrung. Okay. 1.250. Ah. 3.000 Nahrung. Das Ganze versuche ich mit... Bronze auszugleichen vielleicht. Ne, das wird jetzt nichts, glaube ich. Ne, das kann ich vergessen. Äh... Okay. 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 So, können wir auch mal das maximal raus holen. Dann geht es hier wenigstens langsamer, ab dafür. Aber zwar ist hier nicht an Krasspökte mit allen meinen Freunden und Krieg mit meinen einzigen Verbünden, aber naja. Was ist denn alles so komisch, Bauernkrieger, was ist das? So ein kleines weißes Kleid, so ein Schwert und so ein Minischild. Was soll das? So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. The Steadfast Defender. We will go down in history. I just want to be in this one. Break some heads. I just want to be in this one. Do it. Do it right. Be rewarded. They won't get through. I just want to be in this one. I just want to be in this one. I just want to be in this one. And... And... I just want to be in this one. I just want to be in this one. I know my duty. I know my duty. I just want to be in this one. I just want to be in this one. And I want to be in this one. I don't want to be in this one. So... Wir haben Gründe zu lösen. Master des Kampfes. Docking! Streichtwagenunterstützung Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll, oder nicht? Das ist doch ein heftiger Debuff, ne? Ich nehme das einfach nur, weil ich es mal sehen will, für Erfahrungen und so. Oh, ich schiefe schon hier. Nice. Wir haben hier, keine Ahnung, schütteln wir mal in der Richtung von den Gegnern, gucken was da so kommt. Die unten auch keine Ahnung, ja hier sowieso alles ausgebaut, das hab ich ja einfach von ihnen übernommen. Die Region würde ich gerne mal so abkaufen. Was ist das hier für Apollon? Ich bin Stabthera. Keine Ahnung was ich ihm dafür anbieten könnte. Was ist das? Paras Anbieter? Nee. Axos? Nee. Papa? Nee. Das? Nee. Das auch nicht. Das auch nicht. Naja. Dann nächste Runde. Aber wir haben uns in einen Agenten nicht bewegt. Ja. Dann kommt er mit einer 18er Armee gegen eine 12er Armee plus Garnison und verliert einfach nur zwei Einheiten. Da hat er, glaube ich, definitiv einen ordentlichen Streitmacht. Ich glaube auch nicht, dass die Diener so schnell können gehen jetzt, ne? Ich glaube, dass ich da mal mit Achilles schnell hinsäge und dem da mal ein bisschen helfe. Die eine Stadt hat ja jetzt gar keine Garnison mehr. Die könnte ich mir ganz schnell umhören, weil ich schon mal in einer Stadt renne. Da schnell ein Wachtturm rein. Dann bin ich da schon mal recht sicher. Wenn er da noch ein bisschen in der Nähe ist und die die ganze ein bisschen ausdünnt, dass sie nicht so viele Leute haben, die mich da umzingeln können, könnte klappen. Dann bin ich da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, scheiße, da kommt einer. Ja, ich muss irgendjemanden jetzt zurückholen. Ich kann da oben nicht mit drei Leuten agieren. Und wenn ich hier unten nichts habe, zum Verteidigen. Ich gucke schon den alten Veteranen hier zurück. Genau ihn. Na, erstmal könnte ich noch, wenn die sich nicht weiter bewegen. Greift er mich an? Der greift mich an! Bist du Hacke, Junge? Wer hätte dich denn Hops genommen? Ja, liebend gerne. Ich mache es mir so einfach, ne? Hat der den anderen jetzt sogar als Verstärkung bekommen, dass beide weg sind? Sieht so aus, ne? Scheiße, ich habe auch ein paar Riesen verloren. Tatsache, da muss ich mich darum ja gar nicht mehr kümmern. Wunderbar. Du holst jetzt auf einmal einen Friedensabkommen. Ne. Gegenangebot. Ne. Ablehnen. Einfach ablehnen. Jetzt mal früher mitbekommen können, dass das vielleicht keine gute Idee war, was ihr abgezogen hast. Ey, ihr könnt doch nicht Nahrung von mir verlangen, Mann. Nein. Tut mir leid. Alles andere, aber nicht Nahrung. Vor allem nicht so viel. Ja, dann wollen sie mir mal Holz anbieten, Mann. Ich habe, komm pro Runde 2000 Holz, ich brauche das nicht. So. Dann butterst du jetzt mal hier runter. Nicht, dass der hier mir noch irgendeine Scheiße abzieht. So, dann kannst du hier hochrennen. Wie sieht sie aus? Na komm, jetzt kannst du aber mal. Jetzt kannst du langsam mal reinwandern, ne? Bring die Leid. Occupy dieses Platz. Das ist nett. Ich werde es gewinnen. Ich werde es versuchen. Und das Rüstung? Ja, genau. Jetzt könnten wir es mal reparieren. Jetzt könnte ich mal sehen, welches Gebäude das ist. Das vielleicht? Ist es das? Oracle des Apollo? Ja, stimmt. Stimmt. Oder? Ne, Mykonos niederort sagt mir nichts, aber... Alles klar. Was ist Oracle auf so einer Insel? Ich dachte immer Oracle. Ich dachte, das Oracle des Apollo wäre irgendwo hier oben gewesen. So. Oder wo ist das? Hier ist Megara. Dann... Ich dachte, das wäre irgendwo hier oben, so. In dem Bereich. Das Oracle des Apollo ist dort unten auf der Insel. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob ich dieser Geschichte so genau vertrauen kann. Ob das hier in dem Spiel... Aber bis jetzt schien alles in dem Spiel recht real. Also ich meine, du kannst natürlich mit Troja auch Sparta hier erobern oder was weiß ich. Das ist klar, dass sowas von der Geschichte abweichen kann. Aber sowas... Diese Orte, sag ich mal, die sind ja... Dürfen alle ja normal sein bleiben. Ja, das würde ich definitiv bauen. Auch Kunst des Apollo und plus 200 dauerhaft dann. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Warum steht hier Baum möglich? Es ist überhaupt kein Baum möglich. Ach so, Achilles. Ja, dann bewege ich mich jetzt da runter. Gehe mal Miene raus, ein bisschen zur Hand. Ach ja, er ist immer noch tot. Stimmt ja. Äh, dann kannst du... Keine Ahnung. Oh. Den könnte ich abfangen, oder? Das rückst du an die Stelle. War ja nicht gerade hier drüben und hat... Keine Ahnung, die Tür. Ähm... Du bist hier, oder will man in die Stadt rein? Du bist hier drüben. Eine Szene... ...warte für Krieg. So, noch ein bisschen... Hier könnte ich ja mal... Ach, weil er jetzt das Ding hat. Genau, er kommt da jetzt viel weiter. So, die Stadt heißt einfach... ...die Stadt heißt einfach... Einfach Larissa. Kennt ihr nichts? Einfach Larissa. Ich werde vielleicht nochmal was ranholen. Ich bin auf. Die machen dann nicht so viel Stress, wenn ich hier mal kurz durch die Ära-Länder reinziehe. Ich meine, ich würde mir da... Ich würde das auch ein bisschen abfucken, wenn ich hier mit 20 Armeen durch meine Bezirke ziehen, aber... Also ich habe auf jeden Fall genug zu tun, ich will mit nicht noch in den Krieg. Ja, so langsam wird das hier wieder was, ja. Hoffe ich zumindest. Jetzt bin ich mal... Wie viel Granison? Acht. Und er geht da rein, verliert nicht einen... ...Trupp, ey. So, was sind das jetzt für Typen? Lakonische Miliz. Milizklasse leicht, schlechte Moral, aber mit Schild und Flink. Komisch, dass er davon so viele holt. Ist das Meta? Die haben auch gefühlt, überall bauen die diese Wachtürme, ne? Hier, 15, 15, 14. 14. 10. Ich weiß nicht, ob da auch ein Wachturm mit drin ist. Vielleicht zum Beispiel Stufe 1 Wachturm. Du hast ihn auch noch nie hier unten bei meinen 3-Kack-Siedlung. Du hast ja auch mal Zeit, dass du da auch mal vorbeikommst und das mal ein bisschen manipulierst. Junge, Junge, Junge. Jede zweite Runde kommt er da mit irgendeiner Scheiße an. Aber eigentlich noch Wachturm hat er es noch nie. Könnte er die ganze Zeit machen, aber ich kenne auch noch, was das soll. Glorische Niederlage. Ich gebe dem Ding einen Versuch. Ich mache jetzt hier nicht wieder fünf Versuche. Vielleicht mache ich auch zwei. Drei Trupps sogar. Ich mache das mir echt nicht einfach. Das Ding gerade. Das ist jetzt die Frage, wie mache ich es jetzt? Chill ich jetzt wieder und kämpfe gegen alle oder? Kommt noch drei, weil er als erstes da ist, kriegt er auch. Geht alles. Die Map. Ja, komm. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Wovon die denn versteckt? Womit geht ihr denn jetzt in den Nahkampf? Was soll denn das? Womit gehen die in den Nahkampf? Hoffe ich jetzt gerade nicht. Euer Held wird angegriffen. Kommt hier was von hinten? Ja. Dann, wen hole ich da aus? Euch. Ihr könnt die schon mal wegballern, falls das klappt. Ah, knapp. Ich kann nicht beide angreifen, Mann. Wovon rennt ihr denn eben? Ja, das ist noch besser. Genau. Einfach stumpf komplett in die Masse rein. Meine Fresse. Das fuckt so überhaupt schon wieder. Worumbu. Meine Fresse. Was macht ihr? Kein Scheißkrieger würde das irgendwie im Mittelalter abreißen. So eine Kacke. Oder in der Antik oder was auch immer. Das ist dumm zum Scheißen, Mann. Was macht ihr? Ich gebe denen die Befehle raus aus der Masse. Die rennen rein in die Masse. Verstehe ich nicht. Es ist halt wirklich nicht viel verlaupt. Geht acht. Ihr verliert an Boden. Komm, fährt fertig. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Nur wegen den Scheiß Bogenschützen. Wäre das mit dem Bogenschützen wieder nicht gewesen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder acht Runden zu spielen. Meine Fresse, ey. Ist das dumm. Ich bin gleich. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Wenn ich mich när, wie ich das neun. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Und jetzt bin ich. Ich bin schon. Ich bin schon. Jetzt kommt er, glaube ich, mit allem, was er hat, ey. Wenn ich diese Balken hier oben immer sehe und dann sehe, was die für Armeen bringen. Ihr wollt echt alle stressen. Ich weiß nicht, was das soll. Hier, eine so ein kack Ding. Die wollen hier irgendwie Stress anfangen. Junge, Junge. Jetzt kommen auch noch andere Typen mit dazu. Peripher. Was sind die denn? Was sind die? Vielen Dank. Ich werde es richtig machen. Ich wollte schon gerade sagen, Alter. Das ist nicht der gleiche Opa, den ich vorhin schon mal abgeschlachtet habe. Das war das Letzte, was der hatte. Ich meine, ich wollte. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Ich liebe eine Herausforderung. Du kannst mir genau auf jeden Fall vorstellen. Dann kriegst du ihn an. Du kriegst Verstärkung. Er hat ja nur solche Kack-Bauern schon wieder. Hätte ich auch mit einzeln machen können, aber naja. Es wird so releganter machen können, den letzten Schlag. Ich brauche nicht mehr auffüllen. Brauche ich einfach nicht. Komm, Schatz kann man auffüllen. Wahrung ist immer gut. Gefederter, kretischer Hut. Mensch. Hat wir hier alles erwarten. Das ist ja blanker Wahnsinn. Reicht das? Das könnte reichen. Kommt er bis dahin? Ich lebe für eine Behandlung. Begegnet für eine Aktion. Begegnet und bereit. Wird er jetzt für real durch den anderen blockiert hier? Nee, er kommt nur so weit, alles klar. Das wäre nur mit Dingens, mit dem Marsch, Dingens Brummens. Ja, dann mache ich das jetzt gleich noch mit rein. Dann mache ich das. Hier kommen so ein paar Geschosse, das ist gleich noch besser. So, dann wären wir schon mal hier oben erstmal fertig für jetzt. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo ist der hingeschüppert. Ich mache das erstmal aus. Nee, das ist der gar nicht. Lust. Hm, ja man, ja. Hm, ich glaube echt nicht, dass ich es schaffe. Das ist außer mir. Föder, bemerkst du dich. Komm. Engage die Föder. Stich sie runter. Schön. Ich weiß meine Föder. Entschuldigung Siebzehn Tausend Nahrung hab ich Hm Dein Geist ist meine Wie hast du gesagt? Hm Was könnte ich hier bauen? Oh die Zufriedenheit geht ja richtig in den Arsch Warum? Ach wegen der Scheiße da drüben Hm Das ist ja nur für die Runde jetzt, das ist minus 30 Ich zählt aber nur für die Runde Ich zählt aber nur für die Runde Jo Was wollte ich hier bauen? Äh Weiß ich kaum nicht mehr Das Ding wollte ich bauen Ja Ich mach erstmal kurz ne Pinkelpause Ich mach erstmal kurz ne Pinkelpause Oder Ich mach wirklich Ich mach erstmal kurz ne Zählen Sie Ich mach erstmal kurz ne Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist immer ein Fehlschlag bei mir, ne? Das ist der, ne? Krass. Wäre mal cool, wenn ich den jetzt hier in der Schlacht besiege, dass das dann weg ist. Keine Ahnung. I will petition the gods for victory. The gods do, the gods take. Ja, sowieso nichts an den Hals zu bauen. Jetzt mit ihm aus, nächste Runde. Sonst haben wir alle bewegt. Und da war ja... 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 Ah, scheiße. 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 So, ich kämpfe nur noch mal. Versuchen wir erstmal einen Rückzug. Vielleicht bringt es ja was. Wie schon erwartet. Der kommt mit voller Kraft hinterher und der greift dann wieder an. Oder? Na, es kommt noch ein anderer dazu. Fick mein Leben, Junge. Oh, Mann. Hätte ich mal gekämpft. Gott. Hätte ich gerade mal gekämpft, hätte ich noch eine Chance gehabt. Aber so... Oh, nee, ey. Oh... Oh... Wer braucht Kimmick? Was ist denn mit euch los? Was seid ihr so lau? Von hier hinten? Äh, dann mal leicht umdrehen, aber ganz schnell. Hoch. Aufwärts, Krieger! Aufwärts, Krieger! Aufwärts! Kritisch. Aufwärts, Krieger! Ihre Krieger haben versteckte Feinde entdeckt! Ich muss das hier hinten halten, irgendwie. Ah, fuck, man. Oh, scheiße. Was macht ihr denn hier schon wieder, Mann? Was macht ihr denn hier? Die Krieger verlieren den Mut. Kommt rein. Ohhhh, das sieht gar nicht schön aus. Lauf die Pferde bitte. Ok, ihr zwei könnten mal weiter hier drauf ballen oder so. Ihr auch hier drauf. Hier mal raus aus dem Planklob oder Star drauf bitte. Hier ist es ein paar Rastorien. Hier ist es ein paar Rastorien. Das ist halt echt fein, wenn ihr die Pferde mal komplett wegmachen könntet. Guck mal, hier sind sechs Leute gegen einen von denen. Das sind halt schon echt schlechte Jungs. Nein! Fuck, das war aus Versehen. Scheiße. Oh nein, die Pferde. Die Pferde kommen wieder. Mach die Pferde weg, bitte. Wie das aussieht, Mann! Juhu, juhu, juhu. Hades hat den Feindlichen Helden zu sich geholt. Schönen Pölschchen. Ja. Ja. Digger, wie viele hier gegen Achilles. Alles gegen Achilles einfach. Jetzt ist vorbei. Ja, weißt du, Achilles, ne? Da steht als letztes. Lass mal nochmal einen Kampfesrausch, wollte ich sagen. Alles auf den Arme, Achilles, ey. Lass doch dem jemand Ruhe. Der klatscht das gleich noch. Lass ihn doch jetzt gehen. Der feindliche Held wurde verwundert. Was? Er hat einfach noch den anderen Held weggemacht. Das ist ein geisteskrank. Dicker. Guck dir das doch mal an. Wer hat den alternativen Kommen? Jetzt hier nicht ein Foto wurde, das ja. Hier, äh, ich möchte einfach noch ein Foto machen. Äh. Ja, ich habe das doch schon mal gemacht. F2. Jetzt? Achso. Kann ich... Ich würde gerne das Hard anmachen, weil das stimmt, dass man sieht, dass Achilles da ist. Szene... Helden. Wow. Ne. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen, würde ich sagen, oder? Aber er hat noch zwei Helden mitgenommen, ne? Der Feind hat euren Helden verbundet. Daher geht's. 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 Immer immer mit Sie, haven. Fuck. Hast du schon meinen Geist? Dein Stuhl ist meine. Aschia, Dorea, Ionia, Lelega, Maurena, Sesshafte-Mazon, Traka, ich hab noch gar keine Dana, ja. Dana, ja. Hab ich nicht. Keine Ahnung wo die sein sollen. Kann ich denen nicht helfen, Bruder. Die lassen wir uns nicht hingehen. Ich will nicht, dass die immer die Runden über solche... Ist jetzt schon vorbei, das Handelsabkommen. Komm, komm. Aber ich bin trotzdem wieder im Plus, gut. Ähm, erstmal Siedlungsverbesserung. Jo. Kameros. Jo. 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 Eigentlich müsste ich noch Verstärkung haben, aber naja. Das dürfte es damit gewesen sein, oder? Genau, schön. Dann geht's als nächstes hier weiter. Was ich mit allen hier oben kriege, kann ich mich richtig austoben. Alles niedergestampft. Ich werde das durchsehen. Ah, das Wein-Dark-Seite. Alles nieder. 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 Ich werde mal schon mal ordentlich rein. Guck mal hier durch. Die sind Stufe 5. Das verstehe ich auch nicht ganz. Also was die hier haben ... In der Ahnung. Doch, die haben hier oben ein bisschen was. Vielleicht haben sie das hier auch noch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Stufe 9. Ja, das sind ... Die, die hier oben haben das eine was. Das sind aber, glaube ich, immer diese Räuber oder so, ne? Mhm. Uh, Troja. Ach, Troja ist noch Stufe 4. Die haben halt nur Troja, mehr haben sie nicht. Das find ich auch irgendwie ein bissl dumm, keine Ahnung. Die haben halt nur Troja und machen auch nichts, irgendwie. Liegt halt, glaube ich, einfach daran, dass ich die jetzt wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das Story zählt, dass ich die halt besiegen muss. Paris von Troja und Hector von Troja sind ja beide schon tot. Das hat Sparta recht früh gemacht, oder diese, so wäre auch immer. Ähm, ja, keine Ahnung, feiere ich irgendwie. Wieso, dass das so schnell ging? Dass die dann trotzdem noch Stufe 4 sind. Ach, hier davor sieht man ja auch immer die Stufen. Einzelte Regionen, die diese Fraktion besitzt. Ah. Hier, 30 Regionen und die haben 22 und sind Stufe 29, das verstehe ich halt nicht. Keine Ahnung, warum die denn so tiefen Rang haben. 14 Regionen, ja gut. Ich dachte, 37, Digga. Sparta 14. Wie viel hab ich denn, kann ich das aussehen? Wahrscheinlich nicht hier. Ich habe sieben Provinzen und 35 Siedlungen. Ich bekam nur eine weniger als Odysseus. Wenn ich zwei mehr hätte, habe ich wahrscheinlich auch gleich, dann möchte ich die meisten Siedlungen. Gut, reicht da jetzt aber auch mit Statistiken hier. Bis sowas kann man auch bauen anscheinend. Ähm. Dann machen wir mal das. Dann mal, vor allem mal, wenn ich ein neues Gebäude baue. Oh ne, hier wollte ich ja genau die Pfeile. Das würde zu viel kosten. Das ist genau das gleiche. Gut, weiter. Was ist das denn bitte für eine Siedlung? Was ist das denn? Ah, hier ist die Siedlung. Ein Badot? Der Feind hat eure versteckten Einheiten enttickt. Die konnte man auch fertig machen. Hier, hilf mal hier ein bisschen mit, schnell. Gut, dann jetzt schnell da her. Gut, die könnte auch noch fertig machen, oder? Ja, das sieht gut aus wie. Ja, komm. Wunderbar. Jetzt wollte ich hier reinhalten. Warte, mach die fertig. Du musst nicht. Du musst nicht. Ihr könnt da rauf. Gehst du mit hier hoch. Genau, du musst gar nicht mehr hier drauf schießen. Kannst du mal hier mithelfen. Gehst du mit da rüber. Du unterstützt die, genau. Gehst du mit. Gehst du mit. Du kannst hier hoch gehen. Gehst du mit. Ihr verliert an Boden. Es läuft richtig gut. Gehst du mit. Also, denke ich gerade noch. Mal, wenn ich das hier sehe mit dem Leben. Ah, scheiße. Gehen wir mit hier rüber. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Seien wir mit. Einige Krieger wurden in die Flucht geflogen. Scheiße. Beide. Hm. Das sieht gerade tatsächlich nicht gut aus. Scheiße Oh, jetzt geht das wieder Ich hasse es, ich hasse es, nein Nein So ein Bullshit, Mann Ey Hass ich Hass ich echt so sehr Meinst du, wo kommen das denn? Die hier so unten Versuchen wir hier reinzustellen Jetzt kommen sie aber schon Straight alle hier rüber, weil sie wissen, dass ich hier bin Jetzt werden sie auch straight wieder direkt in den Wald reinschießen Obwohl sie mich nicht sehen können Wenn der Feind das machen würde, was ich gerade machen würde Dann könnte ich nicht straight in den Wald reinschießen Das ist schon wieder so dumm Die kommen straight hier rüber Die wissen halt, dass ich hier bin Jetzt werden die Bogen schützen, sobald sie in Reichweite sind, anfangen zu schießen Komm, zeig's mir Jetzt auf einmal nicht Na doch, die in den Stellung Und jetzt ballern sie los Das ist so dumm, Junge Ich hasse das Andersrum wäre es auch nicht so Euer Held wird angegriffen Dörresperre da mal schön über die Leute drüber und hinten auf Dörresperrenkampfeinheiten Das schmeckt dem, glaube ich, ganz so gar nicht Aber meine kriegen auch gut was ab Scheiße Ja, dann haut doch mal ab Wenn ihr die ganze Zeit was mal Bleiben, dumm stehen Meine Fresse Schön Jetzt schön von hinten reinwalzen Schon im Sturmangriff rein Nice Nicht nice Verliere ich den jetzt am Boden, Mann. Verliere ich den jetzt. Die Krieger wurden in die Luft geschlagen. Jungs. Guck mal, der ganze Armee von ihm randt weg. Und ich bin jetzt der am Boden verliert. Die Krieger sind bereit. Great and ready. No, please, stop. Three caverns. Not the arm. No mercy. Death for the bomb. Bei Ares. Alle Krieger sammeln sie. Wenn alle den Helden angreifen, hier und dem hinterher. Wenn das fehlt, das ist absoluter Bullshit. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Einfeilen, du siehst dort vier Leute liegen. Fünf. Halt's Maul, ey. Diese alle null Moral haben. Nur weil die in der Nähe ist. Die so heftig ist, Mann. Will ich das wirklich jetzt gegen die? Ist das real? Wo ballert die hin? Hä? Die kommen wirklich zurück. Ist nicht euer Ernst. Ich verliere? Wirklich jetzt? Ich verliere das gegen die. Die Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Ist das real? auf. Ich verliere das. Ich verliere das. Ich verliere das. Wenn ich die gleiche Situation, nur umgekehrt, nicht schon mit Achilles hätte, wo er Achilles alleine 6 Truppen weggemacht hat, dann wäre ich jetzt halt sowas von offline, ne? So ein Bullshit, Digga, wer ist sie denn, wer bist du, wer bist du, Rang 17, das bist du, aha, Hippolyta heißt sie einfach, das ist so nicht, das ist die Anführerin von denen, hat nicht mal einen richtigen Namen, Junge, letzter Kack, random, Mann, mach dir einer Fachin ist, meine Fresse, ey, jetzt waren wir ein Friedensabkommen, vor uns haben wir noch ganz ne große Fresse gehabt, das hast du mir verrückt, ja, und ist zäh, mhm. Vielen Dank. Gib mir dein Gold, ah ne, der braucht dein Gold, richtig, ich helfe dir, ne? Die jetzt, von dem jetzt fett Gold verlangen, dann, äh, das kann ich gar nicht bringen. Sagst du mir 200 Gold, ui, sagst du mir 300 Gold? Mach ich das? Ja, komm. Mach ich das? Das muss ich wohl, hm? Genau, richtig. Hat er gesehen, wie ich hier seine Nachbarn von ein paar Runden weggemacht hab? Ist direkt eingeschissen. So. Können wir mal weiter gehen. Wobei ja einer Frieden schließt, dass wir hier komplett fertig sind, ne? We'll go, let's go, let's go, we'll go down in history. Ja, aber freilich. Könnt das immer noch so alt sein. Die Kugel ist mein. Die Gäste, Poseidon. Ich spreche den Gästen auf deinem behalf. Die Gäste, Poseidon. 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 Schlimme Höhe. Ich weiß nicht. Ja ok, ich nehme an, aber ich hole mir wieder Gold. Ich könnte das auch so machen mit dem Mausrad, ne. Okay. Super. Okay. Aber die Makedonen mache ich komplett weg. Also... Bei den anderen kann ich mal nochmal gucken, wenn die mir Friedensangebote machen, okay. Aber wenn die Makedonen Friedensabkommen wollen, ne, die mache ich komplett weg. Weil wer einmal mit mir Krieg hat, dann wieder Frieden macht, und mir noch ein zweites Mal Frieden erklärt, der hat seine Chance einfach verpasst. Nee. Ich erhandle mir noch nicht Gold, um dann irgendwie Holz zu bekommen. Tut mir leid. Oh. So viel dazu. Und Achilles ist wieder am Start. Genau, den müsste ich dann gleich irgendwo mal einberufen, sozusagen. Ähm, oh. Oh. Die werden auch langsam sehr aktiv. Oh. Mensch. Ich sehe sie auch. Hören. Ähm, wie mache ich das jetzt? Sägele ich da einmal ringsrum, damit die nicht alle rumheulen, oder scheiß ich drauf? Ich glaube, ich stecke einmal ringsherum und dann gehe ich hier rein. Ich glaube, ich stecke mich an. Du kannst dich schon mal ein bisschen als Verhut. Ich interpretiere die Wille. Du kannst dich schon mal aufhören, aber du kannst dich schon mal aufhören. Sagen wir es so am Land ist, brauche ich ja einfach mal Wachtum, Wachhaus. Die, die am Ufer sind hier die ganze Zeit, die werden wahrscheinlich eher angegriffen als sowas hier. Auch schon Wachhaus. Sieht's nun mal mit den Annex-Dingern aus. Dürfen jetzt eigentlich um einiges dazugekommen sein, oder? Mhm, Trigger, dass ich mich mit denen auch mal kurz kriege. Ja, da fehlt mir noch das Gyrus, genau. Genau, genau, genau. Ja, Artika, das ist noch was anderes. Da müsste ich ein bisschen mit Deudi so jetzt piefen. Okay. So, dann ist es gerade frei geworden. Ja, da müsste ich die drei Inseln holen. Wo ist das? Mhm, Kreta? Für immer noch eine. Ach, das ist ja... Hm. 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 Ich glaube, da werde ich Achilles jetzt hier unten mal anholen. Und dann werde ich mit Achilles und dem Typen da oben zusammen mal da reinreiten. Oder wollen wir ein Beispiel für Achilles Reiter haben. Jetzt muss ich mal gucken, wo eroktiere ich Achilles jetzt? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier oben. Hier habe ich heute... Ich glaube, da kann ich das hier überspringen. Hier habe ich jetzt nichts militärisch gutes. Aber ich achte das jetzt hier ran. Hol' ein Pferde. Das wird passieren. Stimmt, wir wollten eigentlich Menelaus 1-1 nachbauen. Lost. Ich habe komplett vergessen. Panzerte Speerträger. Davon hat er einige. Dann hat er noch diese gepanzerten Stürmer. Berühmte Schleuderer. Er hat Zentaurenspeer. Schäfeschleuderer. Wird die wahrscheinlich so oder so besser als die sein. Okay. Er hat so einen Minotaurus. Ich will wissen, wo man den scheiß Minotaurus herbekommt. Von hier unten. Oder hier. Minotaurus Gebäude. Bin ich denn komplett lost? Ist das das? Ja. Nee, das stellt den für die Garnison bereit. Fuck. Bin ich lost. Wenn ich ein Glucolz habe, dann wird sich das ja mal einverleibt. Mal warten wir mal hier. Für die Garnison was kommen. Das müssen wir uns merken. Aber hier hinter gar nicht so einen habe ich jetzt auf jeden Fall irgendwie nach Hause. Was? Was kann ich denn hier bitte für ein spezielles Gebäude bauen? Eos? Mach ich das mal ab. Hm. Ne, das ist nicht meins. Selbst hier haben sie nicht mal dieses scheiß Minotaur-Ausgebäude. Pferde. Hier unten. Hier bauen sie jetzt einen Tauch der Zykologen. Ja sonst hier oben brauche ich glaube ich nicht gucken. Das hätte ich mitbekommen. Gucken wir mal kurz hier durch, ob jetzt hier irgendwas wichtiges dabei ist. Dass ich mir merken sollte. Das hier würde ich gerne haben. Nicht, dass ich hier gleich mit jemandem Frieden schließe, der eine schöne Stadt hat, die ich gerne haben wollen würde. Aber ja. Dann machen wir mal noch nicht weiter. Hier kommt ein bisschen. Ich bin der Weg mit ihr auf." Dann machen wir den Feuern. Pferde. Da blem in der Geld! Du bist da auch Wut. Ah, schön, nochmal draufschlagen. So machst du das ordentlich. So wie hört sich das? Jetzt würde ich das auch jedes Mal eigentlich sehen. Ich habe mich einfach, der ganz Osten hat einfach Krieg mit mir so gefühlt. Auch hier mit dem habe ich auch noch Krieg. Kurz wissen. Sollte ich mal vielleicht mit einem von beiden hier mal kurz runter und nochmal einen Abstecher machen, oder? Sollte ich mal. Hm. Sollte ich jetzt eigentlich gerade gucken. Das ist dieses Minotaurus-Land. Das kennt man ja von diesem Labyrinth. Da drin war ja auch der Minotaurus am Ende des Labyrinths. Erzählen die Geschichten. Genau, das wollte ich vorhin schon mal gucken. Das muss ich jetzt mal schnell gucken, bevor ich es vergesse. Ich wollte gucken, was ist hier nur so ein... Abkömmling von diesen ganzen Total War-Dingern. Total War-Ding. Was ist das denn, Alter, mit Dinos und so'n Scheiß? Alles klar. Ich muss mal kurz reingucken jetzt hier. Ich überlege vielleicht mal ein richtiges Total War zu holen. Ich bin. Hab, Alter, mit Dinos und sohn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wüsste dich jetzt schon, wenn ich spielen wolle, oder? Ich weiß nicht, was von dieser Dope ich im Spiel habe. Wir haben unsere Revenge. Nein. Ich habe nur begonnen. Ich habe meine Diplomatie. Ich habe meine Diplomatie. Ich will mir mal die schlechten Rezeptionen kurz angucken. Und. 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 haben. Ich hupt. Wenn das alles DLCs oder? Es ist schon drum. Ne? Die. Inhalte für dieses Spiel. Ja. Mal的人. 0,00 €. hoch. Ich weiß nicht, könnte man sich mal überlegen. Ah, jetzt erst mal hier weiter. So, wir haben eigentlich alles erkundet, ne? Außer hier oben. Da könnte man mal hier den Eonisus gleich mal lang schicken. Da kannst du dich mal schön auf den Weg machen hier oben. Das ist es. So. Hählen in der Garnison, genau. Erlass. Agent nicht bewegt. Steht teuer. Mal ihn hier ein bisschen abfangen. Vielleicht hilft es was. Ja, wo? Ja, es freut sich mit Sicherheit. So, haben wir viel zu wenig Holz. Antigen hier. Hm. Komm, wir brauchen nur noch zwei solche Pillow-Schleuderer. Geht der da rein mit solchen Truppen? Macht die einfach weg. Er macht sie einfach weg, Junge. Krass. Krass. Da? Ja, wenn wir te. Da ist wie четыreste. Ja, freut sich doch äh. Entonces. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bekomme jede Runde genug Holz. Ich baller es nur immer direkt wieder raus. Wow. Du Reihauern vernichtet. Nein, Digga, das ist so dumm, ich hasse das. So unnötig. Toll, jetzt steht er hier dumm im Wasser und kann eine Runde nicht rekrutieren. Es geht doch viel schneller, wenn du hier lang gehst. Warum sollte er denn da lang gehen? Ich verstehe das nicht, diese automatischen Wege. Ich würde das vielleicht mal machen, das wäre egal. So. Junge. Well versed in combat. I'll make my mark. Ich kann ja nicht mal ansatzweise so weit wie er. Er hat sowieso einen Wagen. Schade, jetzt sind die eben auseinander, ne? Wenn es einmal angegriffen wird, gibt der andere keine Verstärkung. Oh, listen when the gods speak. Ich kann ja nicht mehr langen, dass du jetzt nicht erinnert. Das ist einfach nicht möglich. Du kannst nicht weitergehen. Schmerz in der Gefahr. Und jetzt hat er gerade 5 Einheiten verloren. War dann gerade nur noch 13. Gegen 8. Und hier mit 7 Einheiten gegen 14. Gewinnt der Junge. Hä? Wie? Er verliert aber nur eine Einheit. Was war denn das denn für Bauern? Ja, macht mir langsam echt Angst. Das ist irgendeine besondere Fähigkeit von Sparta. 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 Vielen Dank. 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 Du hast... Ja, ja... Ich... Junge... Das... ... 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 Genau, die waren am Belagern. Du hast deinen Weg, du, genau so. Warte mal, wenn du schon mal hier bist. Ein Master der Negotiations. Das ist es. Ich bin in der Lage. Ich kann keinen Vater vertreten. Ich bin in der Lage. 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 So. Hat aber auch 24-7 bei den Erfolgreichs, ne? Mhm. Schön fortsetzen. I do what must be done, leaving this place, ever traveling. Mhm. 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 Ich weiß nicht, was es braucht. Pros, beware. Bei deinen Worten. Scheiß, das reicht nicht. Mhm. Das sehen wir erstmal zusammen. Er ist sogar nicht zuhause gerade. Wunderbar. Gut. Achilles. Alles. Ich kann es auch gleich hier rein. So. Ich weiß nicht, ob ich die trotzdem holen soll, aber es ist halt nicht das gleiche. Schwert oder Schild, das ist halt schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich den Helplog mit dem Nicolabisch mit dem�� 對. Wunderbar, das ist ja auch schon ein Liebespädchen. Das ist ja auch schon ein Liebespädchen. Ich weiß nicht mehr Läger. Also ich kann das nicht mehr, wenn es deutlich mehr aus paying. Aber ich kann jetzt eigentlich gar nicht um ein Kupfer. Und mit dem Minus. Ich muss jetzt mal mit Achilles aufhören. Ich baue es gar nichts möglich. Kennt durch die Augen. Du kannst ihn vielleicht mal abfucken, oder? Nicht? Alles klar. Oh, was ist denn mit ihm los? Er ist Verteidiger halt, ne? Er erlebt seinen absoluten Traum, glaube ich. Oh, war doch. Was ist das? Die alte Kack rennen an die ganze Zeit, was der hier für Moves raushaut. Ja, was ist soll? Bisschen lächerlich. Ach! Ne, dann wär ich den ganzen Weg jetzt komplett umsonst. Ich hab schon mit den ersten Zwien hier Frieden geschlossen, aber wenn ich jetzt mit dir Frieden schließen würde, dann gäbe es ja überhaupt gar nichts mehr für mich. Ich möchte euer Holz nicht. Was soll denn das? Nein. Ja, das ist äußerst bedauerlich. Finde ich auch. Handel zulassen. Handel einschränken. Handel einschränken. Sieh jetzt raus. Gut, dürf dann jetzt rein. Geh' ja raus! Find die valuables! I'll win or die trying And that's how it's done Kill them all Take what you can So schnell geht das Gehört das überhaupt keinem oder So als würde das niemandem gehören Dann können wir jetzt nicht so runter hier rausschippern Dann könnten wir vielleicht mit ihm was anfangen Guck mal Heraclea, Sintike und Siris Könnten wir vielleicht mal gucken Wenn wir ihm Region handeln Heraclea, Sintike und Siris Zum Angebot hinzufügen Können wir schon mal nicht Angriffspakt rausholen Militärischer Zugang vielleicht sogar Wenn ich ihm noch ein bisschen Gold in der Hosentasche stecke 300 Gold Ah, das ist ja dumm Lock die 0 Guck mal, ich kann ihm 700 Gold geben Es passiert kaum was Komm Machen wir nicht Angriffspakt Jetzt machen wir nächste Runde Weil jetzt steht gerade noch ein Typ drin Am Ende hält er rum Dass ich im Militärrecht bla bla In seinem Gebiet bin So Ja, das ist mir egal Ah Baumöglichzeichen mal her Machen wir das Und damit war es das schon Was bewegt Für Locketess Genau, dann können wir hier gleich weiter machen Was bist du? Du bist Kämpfer Er ist auch Kämpfer, oder? Er ist Verteidiger Dann schubst du erstmal hier rein Ja Ja Wir müssen erst mal Hattest noch die Chance Tja Ich hab's versucht Ach, wen haben wir denn da? Ich bin ein Nächtiger Er ist ein Angelegen Er ist vorhin Er ist vor allem Okay. Ich bekomme die Aktion. Er ist noch nicht fertig. Das allgemeine finde ich besser. Okay. Der Einfluss steigt. Ach, er lässt es, guck mal her. Da zeigt er das Bus ein, da kriegst du auch. Das finde ich auch gut. Da muss ich noch ein kleines Hütchen mit. Ja, dann wären wir damit auch wieder fertig. Mal gucken, was der kleine Pisser jetzt hier unten macht. Ja, stopp. Ja, das war ja klar, dass er im Kleine Mann greift. Knapp in jeder Lage saß so. Ich kämpfe selber und ich versuche die Hälfte. Also, dass ich es nicht gewinnen kann, ist mir jetzt bewusst. Nehme ich in Kauf. Aber ich kann, glaube ich, zumindest, wenn der wieder in zwei geteilt ist. Ne, er ist im Eindruck nur, scheiße. Ja, dann muss ich gucken, was ich machen kann. So, meine Armee hier hinten drauf zu stellen. Und die mir hinten in den Rücken zu fallen. Gucken, ob das so einigermaßen klappt. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Er rennt einfach weiter. Euer Held wird angegriffen. Ohne, jetzt sagt mir nicht, da läuft hier wieder ein Bohren rum, um mich dann von hinten anzugreifen. Das wäre jetzt schon ein mieser Homo. Und jetzt war ich noch ein bisschen. Ohne. Okay. Okay. So, jetzt war ich auch gerade mit dem Heidelberg. Okay. Okay. So, jetzt war ich auch gleich hier. Okay. 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 Ja, warum greift ihr zum Beispiel nicht an? Oder du. Gerade du. Oh, die rennen weg. Die haben Mut verloren, lol. Ich dachte, jemand hat da vorne eine Menge. Was sind das? Schwere, kleine, sattige Plinkler. Das ist nur mal... Ich hab keine Ahnung. Gehen wir bloße zur Seite, dass die hier nicht mit einem Wurf zwei Einheiten treffen. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Dann darfst du... Ja, kommt mir die Frau. Jetzt sammelt ihr euch wieder her, super. Dann runter und her, genau. Das ist sowieso klar. So, die sind... So, ja. Dann ist es. dann ruht euch halt erstmal aus fühlt sich das überhaupt auf ich bin mir tatsächlich nicht so sicher wenn dann dauert es viel zu lange auf jeden fall sieht es hier aus? Ah ihr seid fertig die rennen immer mehr weg jetzt jetzt brechen sie zusammen mein Held steht noch einigermaßen nicht mehr lange, ich sag's gerade und der verrückt jetzt gleich bei Ares, eure Krieger sammeln sich jetzt kackt der auch ab ja wir haben so oder so auf jeden fall ordentlich was wir mal bekommen von so wenigen ich mein die Jungs tatsächlich doch nicht so schlecht geschlagen gerne mal hier von den Bogenschützen, denen es ein bisschen mehr wünschen ja geht schon du kannst mal aufhören zu fliehen du kannst gleich mal rein und dann aber auch nicht mit Arrestaurie du gehst jetzt mal rein dann kannst du gleich mal eine fette Arrestaurie durchknöbeln ja Was macht ihr denn jetzt? Kommt jemand von hinten raus? Ne, hä, warum rennt ihr rein? Ach, weil sie den da hinterher rennen. Ach, ihr seid zu lust. So ein dummer Kackenhof, alter. Dumm. So ein dummer Kackenhof. Oh, ich krieg den Held sogar weg. Komm, mal auf den Held drauf jetzt. Und jetzt können wir jetzt mal vorspulen. Hm, guck mal, guck mal, guck mal, der ist laut. Komm schon, komm schon. Mach den Held weg. Na, jetzt verschwinden wieder die Einheiten sinnlos. Na, das ist schon wieder dumm. Hättet mir die paar 30 Sekunden, 20 Sekunden, hätte den mehr lassen können, bis der Held tot ist. Na, nee, verschwinden wieder sinnlos Einheiten. Könnte man mal einen Ja-Rückzug fordern, gefordert, was weiß ich. Ich fordere einen Rückzug an. Kein anderer. Ja, das wäre fast verrückt, Alter, Robi. Ja, das wäre fast verrückt. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nein, nein. Vielleicht verliere ich aber da hole ich definitiv noch ordentlich was raus. Dann, nachdem deine Streitmüche komplett im Arsch sind, dann kommt nämlich auch alles. Auf wen gehe ich? Auf wen gehe ich? Bevor der Helder wieder irgendwie so ein Röstiger nach Helis ist und alleine gegen sechs Einheiten alles wegballert. Gehe ich lieber auf die einzelnen Einheiten hier. Jetzt seid mir auch schon wieder viel zu schnell geworden. Könnt direkt wieder umdrehen. Gehe ich! Gehe ich! Ich weiß nicht, was die Schwertmünste vorne machen. Was ihr jetzt auch wieder hier macht? Ich habe keine Ahnung, was sie gerade hat. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade hat. Sehr interessant. Ach, mein Held wird angegriffen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade hat. Ich hoffe, die sind schnell genug. Und brauchen die denn so lange hierfür? Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Ich kann schön dranbleiben. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich nehme das Ding noch nicht mal ein. Das finde ich gut. Dann sind wir da euch hier trüben. Der Feind nimmt euren Siegpunkt ein. Jetzt nehmen sie den Siegpunkt ein. Jetzt haben wir da ich trotzdem getrunken. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Kommt heute wieder schön so ne fette Server da rein. Dürft weiter hinterher gehen. Ne, obwohl müsst ihr jetzt nicht mehr. Dann können sich die anderen drum gehen können. Weiter hier in der Game. Können jetzt alle hier hin, bitte. Das gefällt mir nicht. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Die da hinten sind doch so scheiße langsam. Ich werde. 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 Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Das military sagt. Dann geb es mujeres wirt. So, das müsste so ungefähr das werden, oder? So, das ist ein Rekrieg, oder? Ah, da ist der Fleet. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oder? Noch nicht ganz, aber gleich. Was macht ihr? Wollt ihr vielleicht einfach ganz normal schießen? Mit eurem Bögel? Einen Pfeil? Wär das was vielleicht? Kein Bock mehr, ne? Geht halt in Nahkampf, ne? Habt ihr jetzt mehr Bock drauf, oder was? Ist euch heute nicht so nach Fernkampf. Kenne ich. Kenne ich. Ganz normal. Macht. Ja. Na los. Wollt ihr nicht in der Heeren vielleicht? Wollt ihr nicht in der Heeren? Junge, Junge. Warte, blockiert. Da war, da war eine Tanne im Weg. Müsste natürlich so lange gerade auslaufen, bis keine Tanne mehr da ist, ne? Das ist klar. So, wir gucken, wenn wir uns schaffen, einzunehmen. Jetzt müsstet ihr vielleicht mal komplett rein. Schaffe ich jetzt ernsthaft nicht und deswegen verliere ich irgendwas. Das ist halt purer Bullshit. Hätte easy gewonnen gerade. Aber wirklich ohne Probleme. Verlierst du wegen so einem Bullshit. Und jetzt kommt noch in der Szene, wie mein Typ abgestochen wird. Das ist... Das sind so diese Momente in dem Spiel, wo... Ich fände es echt geil, wenn um das... Um den Checkpoint oder so immer halt gekämpft, um den Siegpunkt gekämpft wird. Das ist ja fast in jedem Spiel so. Aber wenn darum gekämpft wird, wenn das gerade eingenommen wird... Kannst du das halt nicht einfach... Abbrechen und sagen, der hat gewonnen. Ne. Nein. Meine Fresse. Von 8 Runden minus 30 Prozent Einkommen aller Ressourcen. Das kannst du doch nicht machen. Ich lasse. Schl Texas twelve formalen Ressourcen. Ge country auf. ät. Wir Jahren werden rachordnen. Wegen dem so ein scheiß Wachhaus. Ich alleine könnte es nicht beheben, er müsste das Wachhaus auch abreißen. Wie kann er denn dort jetzt eine Garnison haben? So ein Bullshit. Meine Reputation in duels. Staunch in defense. Do not anger me. Attack! Turn the ground red! Das war's dann mit dem OP. Take it over. This is what a legend looks like. Celebrate this victory. The steadfast defender. I don't know. I don't know. I don't know. When the gods speak, the wise listen. They will know, their cause is good. The dark patterns were correct. The guards were with us. I love a challenge. So, mit wem bin ich denn jetzt noch im Krieg? Oh nein, kann ich mal kurz... Wie viele Leute habe ich gerade noch im Krieg? Oh, guck mal. Werden immer weniger. Und zwar, mit denen hier oben. Das ist alles nur noch hier oben am Außen, ne? Dann werde ich gleich mit denen beraten. Dann wollen wir hier runter segeln. Rüber. Die auf die Welt. Was ist das? Oh. Die auf die Welt. Die auf die Welt. Sie werden nicht überprüfen. Keine Ruhe. Keine Ruhe. So, und jetzt können wir ihm das Ding mal anbieten. Könnte man nicht ein Christpakt rausholen. Und ein schönes Torschabkommen. 8000 war jetzt nicht das Ziel. Damit könntest du bestimmt auch was anfangen jetzt, oder? Ich bin bereit zu sprechen. Ich bin bereit zu sprechen. Ui! Da bin ich aber sowas von drin. Dann kannst du mir gleich noch mal ein bisschen Nahrung pro Runde geben. Schauen wir mal 500 an. Vielleicht doch 1000. Und. Trotzache. Wunderbar. Wunderbar. Was willst du mehr? Damit bin ich der Gang 1 jetzt. Zwei fette Bündnisse. Mit der Gang 5. Und mit. Sparta. 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 Ja, nett. Wenn ich jetzt noch Olli soll ich mal irgendwie langsam rumkriegen, oder? Dann versuchze ich mal einünüz. Sparta. Das klingt gut. Was könnte ich dem denn anbieten. Chaos, die ist in Torikos. Was ist das denn? Ach, war das hier? Das ist das hier, ja. gold, das will ich eigentlich schon behalten. Chaos. Wenn ich die Chaos gebe? Chant. Hä? Ich muss mir immer noch einiges bieten. So, jetzt habe ich trotzdem teilweise einen Fahnen verloren, genau. Wir wollten hier raus. Genau, sind wir auf dem Weg. Wie sieht es sonst so aus? Wir locken hier unten. Genau, du kannst eigentlich so erstmal bleiben, würde ich sagen. Die Teuerung. Oh, das nehme ich. Warum kann ich das eigentlich nicht? Oh, lust. Okay, jetzt habe ich es. 12. Vielen Dank. Hm, finde ich jetzt nicht, dass ich das lohnen würde. Na komm, nochmal ein bisschen Holz. Machen wir ja noch nicht genug. Und hier fehlt jetzt sowieso das Holz. Gut, ich gehe nochmal kurz ins Klau. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guck mal. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Ich liebe Achilles. Er ist willkommen zu sprechen. Wir können es mir Probleme abnehmen. Das fände ich super, wenn ihr die wegmachen könntet und ich einkriege weniger. Gut, dann machen wir weiter. Ich habe mich schon wieder öffnen. Ich kann mich jetzt mal auf, wie ich schlafen möchte. Ich möchte mich nur auf, wie ich schon wieder öffnen würde. Ich möchte mich nicht auf, wie ich schon wieder öffnen. Vielen Dank. 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 Nee, Krieg. Why? Es fehlt nur noch, dass ich mit Ithaca ein Bündnis hätte. Dann würdest du einfach gegen... Wie viel mit Ithaca ein Bündnis hätte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, komm. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe gerade gewundert, wer seid ihr denn hier? Was ist denn das überhaupt von dem Volk? Pfläger? Mhm. Okay. Easy, Dad. Verletz, Warrior! Verletz die Wände! Ich sehe gerade, dass das absolut dumm ist, weil wir hier schon eins haben, kann ich das aufbrechen bitte? Das finde ich voll cool, nein, ich kann das nicht abbrechen, wow, ach man, Lust, soll ich sie vielleicht einfach abreißen, geht schneller. Ich weiß, dass sie jetzt. Hm. Okay. Ich würde mal gerne sehen. Die abgeschlossenen Dingens. Ich wollte mal die abgeschlossene Mission sehen. Ach stimmt, Achrilles soll noch mal da hin. Habe ich den schon wegbewegt? Ne, ich habe einen rekrutiert. Achrilles kriege ich erst mal dorthin. Ich habe einen rekrutiert. Ich habe einen rekrutiert. Ich habe einen rekrutiert. Ach gut, kann ich jetzt nicht viel ausrichten. Hier wollen wir jetzt sowieso zurück. Ich habe einen rekrutiert. Ich habe einen rekrutiert. Was ist das jetzt? Der Verbinder, da wurde angegriffen. Die Schlacht ruft. So, ja klar. Beutreten. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Du hättest leben können. Du hättest einfach deinen Scheiß machen können. Hier ganz alleine. Ohne, dass dich jemand stört. Du bist so dumm, Junge. Warum machst du das? Schadet sich so sehr selbst jetzt. Stauber, indefendig. Über die tiefen. Frag dich gut. Wir haben Platz zu lösen. Was? Was ist denn jetzt? Was ist das jetzt? Hm... Okay. Poseidon's protector. Ich mach's gut. Ich mach's gut. Ich werde gewinnen! Ich werde gewinnen! Ich werde gewinnen! Wir haben ein Rettung! Drüben muss keiner drinnen. Vielleicht komm mal erstmal doch da rüber rein. Das war jetzt vielleicht scheiße. Jetzt kommt der nämlich mit den Zäulen raus. Scheiße, 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 scheiße. Könnte ein großer Fehler gewesen sein gerade. Könnte ich irgendwas machen. Kommt auch nicht mehr an. Kacke. Scheiße. So, jetzt dürfen wir gleich. Ja, hier schon mal fertig sein. Ja. 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 Er hat sie aufgeteilt. Scheiße. Kleiner Wechsel. Geh ich erstmal hier hin. Geh schreit. Der Steadfaste Defender. Die Schreit. Die Schreit. Wir sind aufgerufen! Ich weiß meine Aufgabe. Wir sind in Verbindung. Ich werde etwas organisieren. Dein Weg ist mir. Und weiter. Wer geht denn bei ihm ab? Ja, Blünderer greifen halt allgemein einfach so ab. So, kündiglich alles. Komme ich aber zu weit, ja. Tatsache. Ich muss ja jetzt definitiv greifen. Wenn ich belagern würde, kommt der bei der Anderen. Dann hat sich das. Aber er wollte Krieg, ne? Ausräumen und besetzen. Das ist egal. Settlungsabesserung. Ob dafür... Nicht zugewiesene Fertigkeitspunkte. Naar Petris-Portus. Merkling der décidé. Robert. Kannst du nicht von der Seite hier? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Always with honor. Ne, es war ja in der Stadt, okay, da gehts ja. Was könnte ich denn jetzt hier bauen dafür? Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dort hatte. Ich glaube, die anderen beiden waren Farmgebäude, aber egal. Will ich jetzt hier nicht gut maßen und dann das falsche bauen. Ja, jetzt können wir das hier endlich mal bauen. Gut. Oh ja, es gibt eine Herausforderung. Einmal ihn, den können wir machen. Und zwei von Ithaka. Auch mal. Konfrontieren. Konfrontieren. Und konfrontieren. Okay. Sehr schön. No, nein, na! No, na, na! Nein, na, na! Hm. Oh, wir werden für meinen Geist! nicht nur kurz lesen Ja, äh, gut. Hab ich. Kam jetzt sicher eine neue Quest dazu? Nee. Okay. Meine Lars, wir müssen uns da jetzt mal einigen. Ich will Abtera. Gib mir Abtera. 174, Junge, bist du Hacke? Ja, warte mal. Wenn ich das rausnehme, bin ich da bei minus 50, oder? Ja. Okay, ich bin so... Aber trotzdem ist es auch 120. Es ist einfach zu viel, was du verlangst, Mina daraus. Ja? Es ist einfach zu viel. Selbst die Konföderation wäre einfacher. Ich nehme lieber das. Dann würde ich sagen... Dann würde ich hier nochmal kurz sehen. Okay. Weiter. 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 Äh. Und시는 hat gerade avant irgendwas ist. Ich nehme zu viel. Und dann beliefs die kann man sich mü schlech mean? Nein. Hey! Vielen Dank. 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 We're... Yeah, das klingt... gut. Erlass verfügbar. Zufriedenheit. Machen wir hier das Einkommen. Nehmen wir dich. Das kann man hier jetzt bauen. Wach aus, oder? Ach, Tempel haben wir auch schon. Achilles ist ein großartiger Hörer. Lass uns hören, was du sagst. Wunderbar. Wem könnte ich Isamaros oder Cerinthus andrehen? Wollen wir mal gucken, ne? Äh, obwohl wir die ganze Zeit noch minus 50, ne? Ne, dann lass ich's. Dann behalte ich die erstmal beide. Die Region können wir beide wieder verticken. Hier oben brauche ich nicht. So, bin ich denn dann jetzt soweit fertig? Ja, lass ihn gut stehen. Dann weiter. Es ist schon wieder um drei. Ich hab's Gefühl, ich hab gerade erst vor einer Viertelstunde gesagt, dass es um zwei ist. Zeit fliegt? Wie... Ne, ich sag's nicht. Ich, ich sag's nicht. Ihr wollt mich verarschen, ne? Ihr werdet so sterben einfach. Wie kann man denn schon wieder so dumm sein? Wagt es euch auf die Idee zu kommen, mir noch ein zweites Friedensangebot zu machen? Die Scheiße fall ich nicht nochmal rein. Das war so. Ja. Ja, ja. Und die Scheiße. Er, das ist hart. Ich geh für mich. Huch! Warum kann er nicht so weit? Huch! 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 Keine Lagerlager! Geh raus! Geh sie raus! Halt ihn! Huch! Huch! Schade! Jetzt kann ich's halt nicht mal belagern oder so, ey. Oh, hör'n, wenn die Gäste sprechen! Ein Gäste des Gäste! Poseidon, schau'n uns! Ich schau'n in meinem Kappen! Das sieht ruhig aus. Ich bin mein Achilles. Er ist willkommen zu sprechen. Ich gebe die Larissa. Okay, ich bin ja noch minus 50, okay, okay. Aber, guck mal. Wir haben viel zu diskutieren. Dann sind wir hier bei minus 50, ne? Wenn ich gerade meine minus 50 wegen Empörte nicht hatte, ne? Dann könnte ich mit dem ein Bündnis holen. Siehst du mal? Der läuft wie am Schnürchen her. Der läuft wie am Schnürchen her. Wie ich mir das vorgestellt hab'. Wunderbar. Was will man mehr? Was will man mehr? Was will man eher? Was kann ich immer für meine Gäste machen? Die Gäste leistt. Wo ist hin? Lass uns fliehen. Wie geht es? Die Gäste. Sie haben sich�거 gezogen. Es k feltigt. Wunderbar, I wonder why, I wonder why. I wanted to see, that they are... Oh, Treuer, there is something else. What do you think? What do you think? Dein Geist ist meine! Passt. Flocketest verwundet. Jetzt muss ich irgendjemand anders dafür einsetzen oder was? Wie wurde der denn jetzt verwundet? So ein Scheiß. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Wir werden in der Geschichte gehen. Make me proud. Bring their debts! We're taking over! Nice! Hero material! Hero material! Born for war! For sure! Break some heads! For sure! 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 And wait! Good! Okay! Ich will das Klo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn er jetzt aus der Haustür geht, dass er nie wiederkommen wird. So ungefähr. Okay. 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 Nein. Falsche Taste, falsche Taste. Lass mich rückgangig machen. Ach puh. Ich kann nicht mal alles reparieren in der Runde. Weh. Weh. Jetzt gucke ich hier wohl noch bei uns. So. So. Ah, da will ich nicht rein. Was ist denn mit Automädern los? Wie bist du denn so am Arsch? Ich habe was es braucht. Ich habe was es braucht. Also. Oh, ich war. was läuft denn bei euch so die sind gerade ganz schön schlecht aus wieder laut ist gerade wie unterwegs so 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 fr abbreviations so 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 we can take them Wenn du kannst, mein Reputatio weiterentwickelt. Man again! Das ist außerhalb von mir. Bis zum Glück! Ich bin auf! Ich bin auf! Ich kann das nicht warten. Ich kann das nicht warten. Ich bin auf! Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier immer gegen machen soll. Ihr Kord ist meine. Fürscht ein Krieg. Verwärts, Krieger. Ich werde Sie, oder sterbe, versuchen. Geht das nicht. Schau dir dein Metall! Pfff! Ich glaube, ich muss dann... Warum kann ich jetzt nicht hier... Kann schon wieder nicht euer scheiß Ernst sein, Digga. Warum... Junge. Wie unlucky kann man denn sein, Mann? Meine Fresse, ey. Stimmt. Das ist echt... Das ist nicht mehr normal, Junge. Ich bin gleich zurück. Keine Sorge. So, Scheißbauernützer. Guck dir den mal an. Der hat vor zwei Tagen noch das Feld bestellt. Ja. Kann ich nichts machen. Das ist echt so belastend gerade, ne? Junge, es hört einfach nicht auf. Ja, das kann ich nicht machen. Das ist echt ein bisschen was. Das ist sehr schrecklich. Das ist nicht ... Ich bin, wenn du Angst haben, es ihr zu leten machen. Komm her. Danke. Du siehst. Du siehst. Du siehst nichts zurück. Ich sage, mit meinem Befehl. Ich werde die Gehäuern. Ich spreche die Gehäuern. Ich weiß es nicht. Wir werden die Wurzeln nutzen, um die Wurzeln zu vermitteln. Ich werde die Gäste für die Wurzeln bedanken. Holz, eigentlich genug Holz, ne? Na komm, steigt der Einfluss gerade noch? Ja. Gut, dann mal weiter. Wenn ich das hier oben geklettert habe, mache ich dann Schluss. Ja. Gut, dann mal weiter. Was ist denn jetzt los, Alter? Mit fünf Leuten kommt er da. Das reicht einfach. Dann hol ich mir auch wieder zurück. Ich werde erst mal um die Clean Stitches kümmern, die hier hinten rumrennen. Die denken, dass sie was erreichen. Absolut dumm, der Mo von denen. Der kann auch nicht aufhören, ey. Die ganze Zeit rennt er hin und her, Mann. Die Scheiße los. Die Scheiße los. Ich bin bereit! Battle call! As you command! I live for battle! By the numbers! Take them out! Make me proud! They will be our slaves! They will be our slaves! I've got what it takes! And that's how it's done! All-out attack! Keep together! I'll make my mark! What else are no mystery to me? I'll give them a little bit down. Why should I get them yet? I'll go down in history! Eager for action! On the march! Forward march! Serve the gods! Understand! Take them out! Oh, 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 oh! Ah, that's the other building! Wait a minute! Is that not all right? Let's go! Then... Poetians... Where are the Poets? Where are the Poets? Did they do? So... Have they they� have a cofederate? With them? I mean, the two Verbindeten make a cofederate? Mill Talk. Ich mache meine Mark. Kill the lot. Send them back in. Es ist Slavery für sie. Ein wenig Wissen ist gefährlich. Der Erfolg kann durch die Natur sein. Oder Lachen. Meine Arbeit ist fertig. Nicht möglich. Sie wollen nicht sterben. Die sind weg. Die ernsthaften Konföderationen mit denen gemacht. Ja. Die sind weg. 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 Dann als nächstes werde ich mir glaube ich mal Halo kaufen und das hier kann ich dann auch mal streamen. Ja, ich warte mal bis das vielleicht im Angebot ist, vielleicht zwei noch neuer, vielleicht ein neuer, könnte ich mir das demnächst mal holen oder halt so für 40 Euro mal gucken. Aber sonst sind wir heute wieder. Wie lange läuft das Ding? Ja, 6 Stunden 43. Oh, anständig. Titel komplett falsch, aber kann ich später noch ändern. Ich hab nicht mein Spiel dran gekommen, das können wir jetzt noch mal einstellen noch schnell. Troll. Oh, in welchem Teil sind wir denn? Fünf. Bin ich schon wieder zu voll? Okay. Hier. So einer bin ich. Äh. Machen wir das ganz anders. Ganz einfach. Griechenland desinfizieren. Wunderbar. Ja, dann war's das für heute. Hat die Scheiße hier noch zu. Ähm. Okay.